Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. So, ah hier ist noch ein Mogri drin, schön. Äh, dann können wir aber auch nochmal gucken, wer was hier kriegt. Für dich habe ich nämlich was besseres, Zypressstock, Hanschus Stonehenge und Komet lerne, ja geil. Das war ja die ultimative Materia in Final Fantasy 7 Komet. Äh, statt Mikoshihut habe ich bestimmt auch was besseres für dich parat, oder? Ah, Schattenhutküncht, Vollmond, das ist auch noch verkehrt. Zauberarmbreif, leider nett, Zauberumhang, habe ich doch was besseres für dich? Ah, der Geierkittel für Esprit noch. Na, dann ist das deiner, sehr schön. Okay, Vollmond lernt aber auch du durch. Schwarzgurt, du lernt der Gravitas du durch. Okay, dann nochmal für Aiko ist eigentlich u-interessant. Wer interessant ist, ist dann wiederum Garnet. Beziehungsweise Lili, Wünschelrute. Er hat derzeit nichts besseres. Okay, Lamias Tiara. Äh, Insomnia hat sie doch schon gelernt, genau. Du kannst ja nichts besseres haben. Zauberarmbreif, kann sie auch nichts besseres haben. Allzweckweste lernt sie noch. Opal. Immer Realt, den man ja schon kriegt. Ah, Schneedrache kann man doch durch. Das ist dann für Freya wahrscheinlich. Hast kann man doch auch lernen. Wäre dann wohl was für, äh, Aiko. So, okay, gut. Ach, du war dann das Spielchen, okay. Hier war dann das Vieh drin, was jetzt merkwürdigerweise verschwunden ist. Du war die Vogue und du ist die Sanduhr. Okay. Gut. Mojo. Oh, schade. Du können auch hier mehr Briefe. Mist. Schade, Kupo. Oh, entschuldigung, Mojo. Okay, äh, das haben wir ja schon im Gepäck. Das haben wir auch schon im Gepäck. Zauberstab. Haben wir Kenner drin. Wir nehmen einfach mal einer mit. Elfenflöte, ja, komm. Brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Wir gucken mal noch wichtigere Sachen. Silberkabel habe ich auch, Kenny. Schimärenreif. Haben wir noch einen im Inventar. Egoistenreif, hätten wir noch welcher. Holen wir uns mal zwei hier davor. Edelfäustling, haben wir Enner im Inventar. Chakrabant. Holen wir uns auch noch zwei. Schattenhut, haben wir Enner A gelegt. Rastenmütze hätten wir auch noch. Holen wir uns auch noch zwei. Schattenhut, holen wir uns noch Enner. Spangenhelm, haben wir schon Enner im Inventar. Okay. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte erst mal nochmal gucken, wer was anlegen kann. So, äh, wie sieht's denn mit dem Zauberstab aus? Genau, da kann man nämlich Tobsucht und Wicht dafür lernen. Lindern. Hat sie lindern schon irgendwo? Ne. Okay. Okay, Zauberstab bringt ein bisschen mehr. Dann sollst du erst mal hier Lindern lernen. Äh, zusätzlich kannst du noch ein anderes Ding tragen. Schattenhut für Vollmond. Und Bastenmütze theoretisch auch. Das ist ein ziemlich gutes Ding. Aber, hm, lassen wir erst mal. Du kannst auch was Besseres tragen. Der Egoistenreif. Ja komm, das Ding ist einfach besser. Allzweckwester. Wenn sie theoretisch auch was Besseres dann haben, klar. Okay, aber das lassen wir erst mal sein. Dann, äh, Vivi. Zauberarmreif. Hier mal die Aria schon mal die Egoistenreif. Gaia Kittel kann er lernen. Und hier kann er auch noch ein bisschen was lernen. Gut, die Aria bleibt erst mal wie ihr seid. So, dann wird erst mal gespeichert. Und. Dann, äh, schau mal mal. Dass wir hier aus dem Wüstenpalais hier irgendwie rauskommen. So, da leh. Und. Wüstenpalais Verhörraum heißt es hier. Ah, okay. Im Endeffekt nichts anderes als Kuchas Folterkammer. Direkt neben dem Kerker bietet sich ja ab. Okay, die Dinger können wir nicht aufmachen. Na gut. Dann, zur Vorrichtung, wo man alle A machen muss. Und, du können wir rausgehen. Ich glaube, allzu viele Kämpfe kommen hier nicht. Wüstenpalais. Sehr geil, wie das gemacht ist. Also, mir persönlich gefällt das Design vom Wüstenpalais unglaublich gut. Okay, du können wir was anmachen. Genau. Und jetzt glitzert hier was. Und, was hat Kucha hier für Hausargestelter? Oh, nett. Oh, das sind die Viecher. Die können versteinern. Äh, Qual, genau. So häusen die. Äh, tja. Hm. Rufen wir nochmal Fenrir. Äh, Vivi, du kannst ein bisschen Feuerradruf knallen. Und. Dann kann, äh, Queen Erfersorge, das Vieh zu fressen. Und, äh, Lili greift nur. Oh. So. Okay. Ich bin gespannt, ob das überhaupt was bringt bei dem Vieh. Ja, es bringt ein bisschen was. Gut. Aber die Biester sind relativ zäh. Oh, der Zypressstock sieht aber auch cool aus. So. So. Hoffentlich kann Queen Erfersorge das Vieh schon fressen. Na, Blaster. Dann sollten wir vielleicht mal... Okay. Sie ist wenigstens nicht versteinert. Immer hier. So. Oh, doch. Sie ist versteinert. Na, klasse. Äh, geht. Dann sollten wir Lili schnellstens wieder... Aber schlechter wäre auch rum. Lili wieder... Erwecke. Ich glaub, Queen Erfersorge ist derzeit unser einzigste richtige Kämpfer. So. Deswegen muss Queen Erfersorge jetzt drauf hauen. Ups. Irgendwas hat hier nicht funktioniert. Ah, das könnte Stopp gewesen sein. Natürlich. Nicht, äh... Nicht, ei... Nicht versteinert. Sondern, äh... Ackhalter. Genau, Stopp macht das. Da brauch ich ja all Heilmittel dafür. Oh je. Queen Erf sieht mal wieder richtig wenig ab. Äh, versuch das Vieh zu fressen. Okay, drauf. Oh Gott. Sie heilt auch noch mit dem Ding. Ach, du Scheiße. Und Queen Erf bleibt nicht steher. Gott sei Dank. Dann mach du mal Eisrad drauf. Und du, äh... Heilst uns alle einfach mal. Muss schwächer werden. Okay. Heidewitzka, da ist so ein einfacher Kampf schon ziemlich heftig. Weil drei Magier im... Eigentlich vier Magier im Gepäck ist ziemlich übel. Queen Erf kann ja mal hin und wieder ziemlich schade ausdehlen. Aber wenn man Pech hat, dehlt er halt auch kein Schade aus. Und, äh... Das ist ziemlich übel. Du kannst so ein Ensemble-Gegner hier schon echt heftig wäre. Weil die ganze Magier hier, die teilen nicht wirklich schade aus. Nur über ihre Magie. Und dazu sind auch noch zwei Weiß-Magier dabei. Ach gut. Level 4 fangt doch gelernt. Sehr schön. Dann funktioniert es aber nur bei Gegnern, deren Level durch vier teilbar ist. Okay. Wenigstens hat Vivi noch ein Level kriegt. Okay. Opfergaben der Kraft. Du, der diesen Palast behütet, entziehe dem Ring seine Kraft, Elemente zu neutralisieren. Ja, guck mal, was ist das Ding da mal? Die leuchten Perle. Und einen Schwurring gibt es dazu. Sehr cool. Okay, was bringt uns das Ding? Schwurring. Guck mal, einfach mal bei Vivi rein. Schwurring. Zauberneutrum kann er dadurch lernen. Das ist mal praktisch. Und was können die anderen? Kann sie zum Beispiel was dafür lernen? Ja, kann gar nichts lernen dafür. Und bei Lily? Wie sieht es bei ihr aus? Sie kann auch nichts lernen dafür. Okay. Aber Vivi kann Zauberneutrum lernen. Das ist natürlich sehr geil. Ich guck sofort nochmal nach, was das eigentlich kann, Zauberneutrum. Aber ich weiß, dass es unglaublich praktische Ability ist. So, jetzt sind wir hier gelandet. Und bei anderen Statuen? Illusion einer Göttin. Die Lichter eröffnen den Weg der Weisheit. Huch. Wahrheiten der Dämonen. Das Licht der blutroten Diabolo-Perle ist der Beweis ihrer Kraft. Das fleischte Hand überschattet ihr Leuchten nicht. Uuuh. Grunzner mag ganz schön rum. Packt mit dem Bösen. Das Licht der blutroten Diabolo-Perle ist die Quelle ihrer Kraft. Die schlafenden Kräfte in ihr sind alle verschieden. Bööö. Ah, die drehen ihren Kopf noch rundsum. Interessant. Okay. Hier ist noch was. Ah, hier können wir was abzünden. Hier auch. So, dann geht das Ding hier uff. Wir können hier noch was abzünden. Sehr schön. Und hier können wir dann durch den Gang. Aber es ist schon geil gemacht. Generell der Wüstenpalais finde ich eins von der schönste Level. Jetzt geht das wieder zu. Hier geht was Großes an. Und noch mal. Tja. Hm. So anscheinend nett. Dann hier noch mal Desto. Auch ausmachen. Und Desto. Das macht ja irgendwas Gewaltiges anscheinend. Wenn wir das zuerst erzünden. Naja. Und mal Desto. Und dann Desto. Dann Desto. Und dann das Blitzlicht. Und es hat sich hier nichts geändert. Ah doch. Natürlich. Da geht was uff. Ja. Okay. Ich muss nur das hier a machen. Dann können wir da links durchgehen. So. Jetzt sind die Dere wieder auf. Und dann ist Don Weg frei. Woher. Du hast in die Statuen verschwunden. So rum. Okay. Auf die Umgebung achte. Sollte man dann vielleicht. Und? Lügen einer Göttin. Nur die Festlicht der Beleuchtung. Öffne den Weg. Du siehst. Ich muss hier noch das Ding a machen. Komm schon. Aiko. Du Knetkorb. Mach das scheiß Ding a. Kann mich irgendwie. Ach die. Charaktere. Wechseln. Dass ich nicht unbedingt Aiko als erstes Spiel. Zimmer der Leuchter. Hä. Ach hier kann ich auch noch A machen. Klar. Okay. So. So. Jetzt hat sich hier wieder was geöffnet. Ah. Dann brauche ich jetzt die andere hier neben mir. Die Dere. Kann do uff. Kann die do A machen. Und muss jetzt das ohne noch A machen. Genau. So. Und du damit wird hier was uff gemacht. Und die Dere rechts ist uff. So. Opfergaben der Kraft. Du der diesen Palast behütet. Entziehe der Kette ihrer magischen Kraft. Natürlich. Und das so rum hat es auch. Und wir kriegen. Eine Fußkette. Sehr schön. Die hatten wir ja schon. Haben wir uns ja schon Schmiede lassen. Moment. Ist hier noch irgendwas? Okay. Nur die Festlicht der Beleuchtung öffnet den Weg. Haben wir geschafft. Also ich muss echt sagen. Der lebt ziemlich gut hier. Hier ist auch noch was zum Armacher. Und ein paar schöne Artefakte hat er hier gebunkert. Opfergaben der Kraft. Du der diesen Palast behütet. Entziehe der Rüstung die Kraft des Widerstandes. Und. Stahlrüstung erhalten. Hm. Sehr schick. Äh. Hier können wir nix. Armacher oder sonst was machen. Okay. Äh. Warte mal. Ah ja. Hier geht es dann hoch. Okay. Das war optisch etwas merkwürdig. Das Ding können wir nicht armacher. Doch. Natürlich. So. Wir müssen alles armacher. Hätten ja die Schwarzmagier schon gesagt. So. Dann hier nochmal. Ah. Hier ist noch die Bibliothek. Ach. Sehr schön die Bibliothek. Geht mir. Ach. Sehr gut gefallen. Äh. Hier. Können wir einen Kronleuchter noch armacher oder? Nicht? Okay. Aber dann können wir armacher. Dann öffnet sich hier ein Weg. Können wir doch hoch. Und dann armacher. Dann geht hier was auf. Und dann sind wir hier noch bei was. Opfergaben der Kraft. Du der diesen Palast behütet. Entziehe dem Armreif die Kraft des Ausweichens. Die leuchtende Perle. Und das auch nach. Und keins armreif erhalten. Uiuiuiui. Da sind aber ein paar ordentliche Dinger dabei. Ah. Den Zauber Wasser kann man dadurch lernen. Arsen Lupin und Weihrauch. Aber das ist das Ding für Vivi. Sein Zauberreflex geht zwar auf Null runter. Dafür ist alles andere schon gut erhöht. Natürlich. Für Wasser lernen wir das auf jeden Fall. Und nehmen das auf jeden Fall auf uns. Sehr schön. Also ein paar echt geile Artefakte warten hier auf uns. Wenn wir halt alle Kronleuchte wirklich auch A zünden. Ja. Der ohne ist A. Dann müsste nur noch der hier A gezündet wäre der Mittlerer. Äh. Komm schon. So. Jetzt geht hier noch was auf. Gerüchte der Weisen. Das Dekor des Lichts am Heiligen Fenster zeigt den Weg der Weisen. Okay. Warte mal. Halte mal die Gaul A. Erstmal den Kronleuchte nach A zünder. Dann geht hier nämlich auch noch was auf. Und das ist wieder irgendwas. Ja genau. Dumm ist man nämlich A zünder. Richtig. Das muss hier je die Belüftung hoch. Belüftung aus. Beleuchtung. Ah. Du hast noch so ein kleiner Wichtelmann. Der Mockpock. Jetzt hat er gesagt, kriege ich überhaupt Kuprife. Okay. Dann können wir hier auch noch speichern. Jawohl, Kupo. Und. Genau. Wüstenpalais. Ich bin nicht überschreiber. Ach ja. Also der. Man muss Kutscher wirklich losser. Er versteht's zu lever. Äh. Da ist auch noch was. Engel aus dem Jenseits. Okay. Und. Irgendwas hat sich hier jetzt wieder getan. War wieder so Perler. Du, der diesen Palais behütet, entziehe dem Hut die Widerstandskraft gegen Magie. Und es gibt. Eine Kapuze. Für Magier ist natürlich die Ausrüstung hier absolut geil. Kapuze. Tot kann er ohne Fullerner. Sehr geil. Vollmond kann er hier noch durch was anderes lernen, glaube ich. Genau. Durch hier. Gaia Kittel. Sehr schön. Also für Vivi Hammer. Ordentlich gut die Ausrüstung. Äh. Jetzt lässt man das andere aber keine Ruhe. Ich glaube, das hier ist optional. Wenn ich mich richtig erinnere. So. Hier gibt's auch nix zum Abzünder. Hier ist noch was. Könnt man das hier ein heller? Da. Ah, da drüber war auch noch ein Kerz. So. Jetzt ist doch wieder was arg. Ah. So. Da holen wir uns auch noch das Ding. Äh. Opfergaben der Kraft. Du, der diesen Palast behütet. Entziehe dem Schild die Ausweichfähigkeit gegen Magie. Was machst du mal hier? Es ist... Ein Eisenhandschuh. Okay, warte mal. Da hab ich drüber einer Vergesser. Äh. Renn schon. Hier, genau. Oder? Äh. Warte mal. Äh. Äh. Es war was so, dass die sich gegenseitig bekämpfen müssen. Ähm. Genau. Der muss denn hier bekämpfer. Ich hab schon gedacht, du wär was. Und der andere muss noch, äh, rechts Gucker. Der guckt noch links, wenn ich jetzt gemacht hab. Und der andere muss noch rechts Gucker. Was war dann? Ah, nee. Ah, so rum. Haha. Okay. Dann halte mal die Gaul, ah. Wenn ich's anders drum mach. Da war doch noch eine Treppe noch unten, ne? Wenn die sich, äh, gegenseitig bekämpfen hier. So. Hm? Nee. Okay. Dann halt nett. Ah, war doch mal. War doch mal. Natürlich. Wir lassen es mal so und lassen den anderen in die Richtung Gucker. Dann können sich du links am Rand noch eine Treppe bilden, weil du ist ja kein Geländer. So. Hier gibt's ja was, so viel Krusch, der man machen kann. Unglaublich. Äh. Dann aus. Und stattdessen in die andere Richtung. So. Und. Bild sich jetzt so links die Treppe. Nee. Okay, gut. Dann halt nett. Dann bildst du wirklich nur äh, Treppe. So. Und. Und. Und dort hier. Wieder durch, zurück. Und. Denn. Und so rum war das, glaube ich, ne? Genau. So bildet sich da die Treppe. Und dann schauen wir mal, wo es durch geht. Das wird nochmal letztlich die Amtshandlung für heute sein. So. Also schwingt dann bobbest du hoch. Ich bin mir sicher, was da sitzt. Ja. Das ist das Ding, was hier alles auslöst. Okay. Gut. Dann haben wir hier alles vorbereitet. Und. Ich mache hier noch mal eine Vorbereitung. Und zwar haben wir hier schon gemacht. Das heißt, das kann runter. Und wir können da nochmal hochgehen. So. Dann ist vorbereitet für morgen. Gut. Wir sehen uns dann nämlich mal wieder zu Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Also machen's gut und bis mal wieder. Eiern Yankee. Bis zum nächsten Mal.